apare- wir haben zwei untersuchungen gemacht eine wissenschaftliche und eine jury mit experten und beide sind zum schluss gekommen es gibt unterschiede Es gibt Unterschiede im Geschmack, im Geruch, je nachdem welchen Käse man mit welcher Musik behandelt. Und das freut uns sehr, dass dieses Experiment so positiv herausgekommen ist. Es gab den Fromage-Grupp und die Fréquence-Bass, die wirklich auf einer Nette viel mehr douze, viel mehr floral. Das ist sehr schön, weil es die Säule mit kleinen Schrauben gibt. Und mein Lieblingspräf war der Mozart. Ich denke, es ist eine klassische Musik, ein bisschen süß. Das macht es gut.